Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Batman Ark Night. So, es gäbte hier eben in der Stadt noch eine Bombe. Ich würde diese gerne finden, nur die Frage ist, wo liegt die? What? Noch zwei Bomben? Ah, nein. Ich würde mich nicht in Geiselhaft nehmen. Ich werde ihre Sprengsätze finden und entschärfen. Können eigentlich überall sein, ein Tötisch. Sag gute Nacht, Batman. Aus dir machen wir Handfleisch. Ich glaube nicht. So, wir haben den Supersprung ja noch gelernt. Fragt ihr euch hier, ob diese ganze Geschichte ein halbes psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem Krankenspiel? Das ist so geil. Nein? Ah, auch so. Dann rieche ich mich auch nicht. Die Frage ist, dass wohl diese Bombe sein könnte. Das ist echt so wie die Nasenheuer. Der Wagen der Fehlermaus keine Chance. Also eins glaube ich, sie ist auf der Strasse irgendwo. Also eins glaube ich, sie ist auf der Strasse irgendwo. Das ist eine Vane Tower. Die müssen wir jetzt aber nicht eigentlich. Hm. Wo könnte diese Bombe sein? Ich habe gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Topsin zu stark ist. Ich habe das Gefühl, es bringt die nichts hier nach dieser zu suchen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich die per Zufall jetzt anfahre, ist wahrscheinlich eher gleich Null. Weil ich mir denke, wie viele Panzerwagen ich schon verfolgt habe. Und diese Mie nicht gesehen habe. Irgendwie... Das Ding macht uns platt! Wir fahren! Ach ja schon! Ich habe das wirklich keinen Sinn. Das ist die Vane Tower. Wieso arbeitet Ivy jetzt mit der Flanamau? Das ist die Henrik. Naht brings mir doch nichts meiner. Wir werden ja liposinander. Tschüss. Wir��는 ja nichtfü Ist Ol. Wir sind auch nur noch ein poi. der grüne kommt mir bekannt vor ist der wo wir jetzt alles gepetzt hat kann das sein warum haut er die immer k.o. oh echt ich auch komm schon wo bist du? so das war es ok dann suchen wir zum fall weil es hat keinen sinn hier danach zu suchen wenn wir nicht weiter kommen was haben wir denn hier noch? wo bin ich denn eigentlich? bin ich denn in black island? jetzt bin ich in megany island warte mal ja gut die werden mir die minio kam hier drauf zeigen ja wir sind so einfach wenn es so wäre rittler to fair? wat? warum hab ich die gesehen hab wa? ist das hier? scheint hier ist jemand wahrlich gespalten über die abfalt der zuwalten wut sieh zu suchen ähm ja hat nicht viel gebracht gerade ehrlich gesagt ok wer hat das gesagt? mit bomben auf der strassen ok der hat das ist wahrscheinlich nur so eine bemerkung äh echt zufall wenn genau jetzt man die bombe erwähnen würde wir müssen nachher auf das bä 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 hat auch seinen sinn und zweck fragt ihr euch hier ob diese ganze geschichte ein psychologisches experiment ist und wir nichts als schachfiguren in einem kranken spiel? nein? achso das ist richtig wie da wird eine leiche angeblendet angeblendet oh ne wow wow sie wird weg springen das sind schon ein bisschen viel mehr jetzt gerade der Typ darf ich nicht überletzen ja Ja klar, der hat mich erwischt. So, hören wir dich. Okay, ich glaube jetzt langsam, dass das nur immer einen Zweck hat. What? Ach du Scheiße, hier werden echt viele Reds angezeichnet plötzlich. Hier vorne ist ein Rätsel. Hier vorne ist ein Rätsel. Oh, tschüss. Das Parkhaus. Sollen hier das Rätsel sein? Angst runterzukommen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe zwar gar nicht nötig mit euch zu kämpfen. Ich bin zurück da oben, Batman. Versteck dich da oben, solange du willst. Gut, mache ich dann. Viel Spaß. Ja, aber eigentlich wie ich die ganzen Rätsel gar nicht mache, das hätte ich gesagt. Gut, das ist der einzige Punkt, es gibt Punkte. Punkte, um mich zu verbessern. Das ist übrigens ein Rätsel, aber das habe ich noch nicht rausgeguckt, wie das funktioniert. So. Ganz einfach. Wenn uns jemand nach Waffen fragt, sagen wir denen, wo sie welche finden und der Pinguin gibt uns einen Anteil. Das sieht doch irgendwie ganz einfach aus. Was ist wenn Two-Face das rausfindet? Ah! Schauen wir mal, was für den Pinguin passiert. Der hat ganz andere Sorgen. Okay, dafür gehen wir zu hacken. Ja, das... Ja, das... Ich bin in Arkham City mein Spaß, aber das ist um Welten besser. Wie da ranhauen und wie. Das geht anscheinend nicht. Was können wir denn noch? Verbrecher. Okay, also anscheinend kann ich die Rätsel auch so hinzufügen bei der Karte. Und ihren Anteil über die Mercy Bridge geschmissen. Das wusste ich nicht. Könnte das Risiko aber wert sein. Das könnte unsere Glücksnacht sein. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll. Kann ich die Sprengen vielleicht? Mit Gehler oder so? Keine Ahnung, vielleicht ja. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Okay, da hat sich nichts bewegt. Einen Moment kurz. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Und zwar... Ja, habe ich gerade gedacht. Ich habe nicht vergessen, die Zeit zu stoppen. Wir haben noch... 3 bis 5 Minuten. Wir werden mir gerade... Jo, sie wird ziehen. Ich kenne mich doch. Okay, das winkt hier gar nichts weiter. Also, ich glaube wir müssen echt langsam auf diesen anderen Ort rüber. Das ist so ein Ding. Feuerwehrleute vielleicht. Die Randalierer glauben, sie könnten die Feuerwehrleute als Geiseln nehmen. Ich werde weiter nach den vermissten Feuerwehrleuten suchen. Ihr Leben ist in Gefahr. Gehen wir mal rüber. Ja gut, die Ausschreitung... Die kann ja schon mal sein. Der Arkham Knight? Ich war in Arkham City und habe noch nie von dem gehört. Die Fledermaus. Im Nach. Du bist erledigt, Batman. Das ist nicht, was ihr mir nachwürftet. So, so wie dazu. Im Nach. So. Oh. Glaub mir, lass die Banken besser ruhe, die sind reserviert. So. 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 Ah was. Wär schon nicht. Bis dann. Tschüss.